Hallo Leute! Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir bei LS19 mit der Miss Käfer. Und Eckkräfter 27. Und den Straßenbauern. Ja, der Regen. Straßenbauern. Also ich schau mal kurz rein. Also wir haben hier einen Landschaftsbau. Und dann haben wir Texturieren. Die Frage ist, wie ich jetzt erstmal auf Texturieren komme, ohne irgendwas zu ändern. Man geht einfach... Ich will nicht modellieren, ich will Texturieren. Du besitzt dieses Land nicht. Also geht's schon mal nicht. Ja, das ist ja klar. Ja, das ist nicht klar. Ja, aber hier ist ein Zug. Hier können wir ja nicht mal einfach drüberfahren. Das Problem ist ja, er lässt uns ja oben... Moment mal. Erstmal alle Optionen. Modifikationsform ändern. Okay. Flach. Das. Test mal ein bisschen auf unserem Hauf um. Auch wenn uns das Geld kostet. Aber irgendwie... Das habe ich da in der Delle gemacht, glaube ich. Irgendwann teste ich da umgeändert. Eingleichen, planieren. Das ist das. Stärke ändern, Hilfe deckt. Ich hätte gerne... Landschaftsbaumodus ändern. X. Texturieren. Bodentyp. Bodentyp ändern. Tabulator. Wo sieht man das, was das Eifern ist? Das ist echt komisch. Eingleichen, absenken, planieren. Adios, jetzt mit dem Freitasten. Gut. Genau, dann kann man den Bodentyp ändern. Ja. Ja. Ja, passt. Und wir... Nein, das ist Cheeseboden. Nein, das ist der Boden. Das ist der Boden. Ich will einfach wieder das Ursprung. Okay, genau. So, mach mal hier wieder ein bisschen was ordentliches. Dann sieht das so komisch aus. Okay. Aha, cool. Okay. Kaufst du mal das Grundstück? Ich will kurz das Boden ändern. Ach so. Ja, ja, gut. Da kann man wahrscheinlich... Da kann man so ein Bodenblatt nachbauen. Na, dein, total. Und dann könnte man da drüben ja eine Straße hochlegen. Also rechts vorm Feld. Ja, aber da ist der Zugleis im Weg. Ja, nein, dann gibt's halt... Es gibt nicht bei allen Zugübergängen, gibt's ne... Schranke. Und bei dem halt auch nicht. Und bei dem gibt's halt nicht mal Schilder, weil... Schilder kriegen ja jetzt da auch nicht. Warte, dann kann ich mal gucken. Ich kaufe mal den Grundstück. Ach so, machst du gerade. Ich dachte. Ja, ich dachte, ich mache das. Land. Landshandler. Ja, jetzt wahrscheinlich brauchen wir... Mehr Geld. Ja, wir bräuchten halt das Feld weiter. Ja. Ich fang von oben an. Ich tue mal direkt parallel an der Straße, oder? Äh, ja. Was nehmen wir für eine Art und Weise? Ich weiß, ob man es zuerst noch irgendwie mal... Oder... Nee, eigentlich. Wirst du Erde nehmen? Ja. Das ist Erde, ja. Und dann ein bisschen gerade machen noch. Und fertig. Bauen wir uns mal hier einen Weg runter. Straße entsteht. Oh. Da kann man Felder auch wegmachen damit. Okay. Was ich verglückt. Oh, wieder. Jetzt macht er nicht so viel. Ja, ja. Ei. Ja, redet gerade richtig. Aber wir kommen hier nicht rüber, aber das... Gleich ist ja, da hüpft man ja immer. Ja, über den... den Forstmast nicht. Und wir müssen wahrscheinlich auch noch ein bisschen angleichen. Ja, ich warte mal gucken, ob das mit angleichen funktioniert. Modellieren? Also wir haben ja dann... Nee, du kannst nicht oben auf modellieren gehen. Das geht ja schon mal nicht. Du musst alles noch über links machen. Landschaftsbaumode sein. Was haben wir denn eigentlich alles so an Modifikationsformen? Wir haben einen Ball und eine Fläche. Genau. Das Problem ist halt, dass er da... Angleichen. Was gleicht er da an? Das kann nicht angepasst werden. So, so gleicht er auch. Okay. Problem ist, du hast trotzdem einen Huckel vor dem Geist. Warte mal. Angleichen. Planieren. Das ist nicht glücklich. Was ist planieren? Ah, okay. Nein. Anheben. Absenken. Das ist gar nicht so leid. Kann ich mir das ja gerade machen. Dann. Ich frage mich, ob das eigentlich irgendwie Geld kostet, was wir hier machen. Warte. Schaut so aus, oder? Ich will oben verlieren, tun wir. Wenn man das jetzt mal größer macht. Wie verändert sich das dann? Gar nicht. Ganz zufrieden bin ich mir damit nicht. Diesen Angleichen. Ich auch noch nicht. Machen wir erstmal wieder eine Kugel. Kugel war irgendwie sinnvoll. Mann, okay. Man, okay. Groben, ganz kann man es ja so lassen. Der Rain kann nicht angepasst werden. Ja, was willst du von mir? Ach, nicht so tief. Ich kriege die Krise. Da vorne habe ich jetzt auch eine Hube. Den kriege ich nicht weg. Ähm. Der Rain kann nicht angepasst werden. Anheben. Warum ist denn das jetzt so ein tiefes Loch? Also irgendwie, machst du jetzt ja auch noch was an dem Loch? Nee, 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 ich bin andererseits von Gleisen. Ähm, machen wir mal kleiner. Ich möchte ja nicht sagen, dass man eigentlich nichts sieht. Also. Der Rain kann hier nicht angekündigt werden. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Das wird nicht gehen in der Nähe von. Nee, in der Nähe von Gleisen geht es. Leider. Das heißt, wir müssen übers Gleiches stolpern. Hm. Schauen wir uns das mal hier in Relive an. Ich würde halt erst mal schlafen. Was hast du da für ein Dings gemacht? Ich weiß nicht, wie es aussieht. Weil ich sehe das irgendwie gerade grobig. Ich glaube, es sieht grobig aus. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt nie wieder weg, den scheiß Haufen hier. Der Haufen geht halt irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht, wie er hingehängt. Ich brauche erst mal Licht. Kackhaufen da. Er hat einen Kackhaufen hingemacht. Wolle kann nicht. Ah, jetzt musst du erst wieder raus. Alter, was hast du da aufgefilmt in der Straße? Okay, hier in der Mitte kommt man durch. Alter, wo ist ein Doveloch? Okay. Ja. Also das Stool müssen wir noch ein bisschen üben, gell? Will ich mal behaupten. Aber jetzt am Tag sieht man das auch ein bisschen. Nachdem hat man es gar nicht gesehen. Was willst du denn tun? Hier sind doch schon nirgendwo mehr Schafe. Hier habe ich die doch auch schon aus dem Bereich geschafft. Alter. Mach mich nicht komplett verrückt. Guck mal, dass so gut es geht da eingebnen. Wie sieht das denn aus? Na ja. Jetzt ist das sowieso anders. So schaut gut aus. Aber da vorne oder im Berg, da können wir immer nicht so leicht weg. Hier noch ein bisschen machen. Gibt mir ein Bestes, aber mehr geht glaube ich nicht. So. Das schaut gut aus. Hier springen wir ein bisschen und hier haben wir ein... Ja. Ah, ich glaube, das kann man aber trotzdem schon so lassen. Hört nicht so schlecht aus in der Autofahrt. Achso, da rechts. Das hast du aber jetzt eigentlich sehr schön gemacht. Ja, aber mehr geht nicht. Gleich runterfahren. Jetzt können wir ja hochfahren. Jetzt können wir kurz schauen. So wie man eh immer schauen soll. Ach, hier? Ob kein so kommt. Alter. Alter. Ja. Hätte es halt mit Schuhen drüberfahren müssen, gell? Das ist halt das, was ich meinte. Da kann es nicht da mit drüber. Da hätten wir fast irgendwie so eine Brücke. Müssten wir einen Brücken-Mod bauen. Hä? Aber wo hänge ich denn jetzt? Hoppala, was haben wir jetzt? Na, ich habe ja... So. Moment mal. Können wir das nicht nach dem Gleis noch irgendwie absenken? Nee, leider nicht. Wir haben doch noch unsere zusätzlichen Items. Können wir damit irgendwas machen? Können wir mal was suchen, aber glaube ich nicht. Wo war denn das drin? Hoppala. Keine Ahnung. Wie wäre es das? Bau, äh, platierbarer Objekt. Kann hier nicht platzieren? Ja. Es hat nicht in Ordnung, dass das ganze Gras verschwindet, wenn du hier eingeben hast. Hast du jetzt hier unser Feld kaputt gemacht, wenn man das Feld wieder irgendwie hinkriegt? Wie kriege ich den jetzt erstmal hier runter? Erstmal zurückfahren. Warten, bis das zukommt. Abhängen, anhängen. Dann bist der Modbar, der eine Brücke macht. Hast du, das sieht ja schon mal gut aus. Da ist Zugstrecke da. Was ist denn das da für ein Hupel? Ja, den du gemacht hast. Hat keiner was nach dir. Kriegen wir auch nicht weg. Ein Hupel da. Wenn, dann wäre es ja sinnvoller, wenn du hinten noch ein bisschen aufrichtest. Da kommst du nicht ran. Ich komme ja so weit rüber, bis zu dem Punkt. Jetzt bewegt es dich gar nicht. Jetzt kommt der Zug. Da, 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 da. Jetzt kommst du gleich runter, warte. Warte. Schlepper vom Zug erfasst. Ok? Alter. Ist wie eine Autobahn da hoch. Ist das, ist das unser stärkster Chakon? Nee, das ist ein Schwager. Ach Gott. Alter, ja. Wo ist denn noch der Gabelstapler? Also da. Ja, den müsstest du noch aufladen auf die Dings. Ja, da brauch ich erstmal Schlepper da dran. Ja, ich musste ja erstmal irgendwie was da rumtransportieren. Hauptsache, wir sind jetzt eigentlich voll mit dir beschäftigt. Wahrscheinlich brauchen die schon wieder Wasser und Wasser muss auch noch jemand holen gehen. Kommt auch noch. So. Du? Alter, halt doch an, dieser Autofahrer. Freienwagen aufklappen. So. Die Händler. Möchte die andere Seite aufklappen? Wie geht das? Aufklappen. Was heißt denn jetzt beim Viehhändler aufklappen? So, dass der nach unten geht. Ja. Damit die Tiere sozusagen rausziehen. Tiermenü öffnen. Ich möchte gerne... Scharf. Äh, scharf. Was haben wir denn für welche auf dem Feld? Weiße. Ja, gut. Wir spielen aber gerade auch die ganze Zeit auf, äh, schnellster Geschwindigkeit. So, sind wir jetzt ein Tierfreund? Werden wir über das Gleis fahren und dort stehen bleiben? Na gut, berg runter sollte ich aber gehen. Licht an. Alter, ich sehe nichts, ich gehe schlafen. Man sieht halt echt nichts. Du darfst aber jetzt nicht schlafen gehen. Warum? Weil ich auf das Gleis zu fahr. Mir doch egal. Also gehst du jetzt schlafen? Ja. Ich fahr einfach weiter drüber. Aber das funktioniert ja nicht. Du kannst im Gleis übernachten. Ne, ich sag dir eins. Ich bin gar nicht drüber gekommen über das Gleis. Oh, steck zu fest. Das Gleis ist zu hoch. Ach so. Ne, ich stehe vorm Gleis. Wird das nichts mit deiner... ...Rampfanda. Schaffst du das nicht? Süße. Stapler fahren müssen wir auch noch üben. Keine, zuerst hätte ich den Staplerschein. Können wir da nicht noch ein bisschen Landschaftsbau machen? Ja. Na, man kann es ja nur testen. So. Zack. Ein Objekt behindert die Terrainmodellierung. Ja, wahrscheinlich ich. Als Faktor. Ich gehe weg. Der Regen kann hier nicht angepasst werden. Warum denn nicht? Da. Tak. Da, da. Wiratmen. Das. Und wiratmen. Und wiratmen. Okay. Nein, die produzieren aber relativ schnell Wolle. Gute Schafe, viel Geld. Jetzt sind sie in die Wollfabrik eingestiegen. Was soll denn jetzt denn? Zack, gut. So, was mit den einzelnen, der was da drüben noch steht, kann man den dann nach vorziehen, dass die sie noch beladen. So, den ziehen wir nach vor. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge weiter, ob die den beladen können oder nicht. Komm. Ja, gut, Leute. Da haben wir Wolle aufgeladen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.